Musik Hallo zusammen, ich bin heute nach Hannover gereist und besuche die Leute, die das Schooldance-Bell organisieren. Ich schaue für euch, was hinter den Kulissen abgeht. Folgt mir! So, und jetzt sind wir bei 6-Step angekommen. Das ist die Agentur, die das größte Breakdance-Event, Battle of the Year, organisiert. Und auch dieses Jahr kümmern sie sich darum, dass alles Reibungshort abläuft. Ich schaue mal nach ihnen. Musik Jungs, ach Quatsch, Alter Lamm, was machst du denn hier? Gibt's doch gar nicht. Alles gut? Alles gut? Was machst du hier? Ich wollte mal nach dem Rechten schauen und fragen, wie die Vorbereitungen so laufen. Alles bestens, Poster sind hier. Du weißt ja, wir haben ja zwei Veranstaltungen dieses Jahr. Einmal haben wir das Poster für das Tanzhaus NRW am 14.04. Und dann haben wir hier das Poster für die Marktteile in Hamburg am 21.04. Flyer sind auf jeden Fall auch am Start, Ticketverkauf ist auch schon angekorbelt, läuft auch bestens. Wie ist denn das Line-up? Uiuiuiuiuiui. Line-up, auf jeden Fall haben wir zwei hochkarätige Acts dabei, einmal den Storm und Junior. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding dieses Jahr. Ja, geil, ich freu mich schon. Zwei Legenden im Haus. Kannst du mir ein paar Flyer mitnehmen, Jungs? Nimm mit. Flyer, Poster. So viel du willst. Super, bitteschön, der Herr. Dankeschön. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei der Vorbereitung. Ja, okay. Wir sehen uns in Düsseldorf und in Hamburg. Genau. Wir sehen uns dann. Bis dann. Hau rein. Tschau. So, Leute. Ab sofort könnt ihr euch die Tickets sichern für das School-Lens Battle am 14.04. in Düsseldorf oder am 21.04. in Hamburg. Wir sehen uns. Powered bei AOK Rheinland-Hamburg.